Ja, der Talk mit dem Parteivorstand Die Basis Österreich war ja letztendlich eine hochkarätige, verfassungsgebende Versammlung für eine echt basisdemokratische Gesellschaft. Und das höchste Level der basisdemokratischen Gesellschaft sind ja die Frackparteien, die Gruppe der Frackparteien. Also die Basis Deutschland gehört für uns noch nicht in die Gruppe der echt basisdemokratischen Frackparteien, denn alle Frackparteien sind echt basisdemokratisch konzipiert, weil das nämlich freie Argumente Kulturparteien sind, die nicht Reformideen wegzensieren nach Willkür oder nach innerparteilichem Konsensieren, sondern ausschließlich den Wählern das Konsensieren, das Entscheiden überlassen und damit eine echte Basisdemokratie darstellen. Stellen Sie sich nochmal vor, es wären jetzt in einer angeblich basisdemokratischen Partei die Mehrheit aller Mitglieder, Rechtsradikale, was werden die wohl konsensieren? Die werden natürlich etwas konsensieren, was rechtsradikal ist und sich dafür entscheiden. Was ist daran bitteschön basisdemokratisch? Das sind doch die WählerInnen schon wieder entmündigt und dürfen nicht selber entscheiden. Das ist doch genau das Gegenteil von Basisdemokratie. Also Basisdemokratie beginnt erst, wenn man sagt, man will ganz bewusst eine Variante der Frackparteien werden, nämlich der freien Argumente Kulturparteien, wo die WählerInnen in einem ersten Volksentscheid nach der Wahl über die unterschiedlichen Vorschläge der unterschiedlichen Gesundheitsreformen, Ernährungssystemreformen, Bildungsreformen entscheiden dürfen, egal ob das Konsensieren ist oder was auch immer das ist. Und daran erkennt man dann den Unterschied zwischen guten und schlechten Parteien. Gute Parteien sind immer auch Frackparteien und schlechte Pseudobasisdemokratische Parteien, das sind dann eben keine Frackparteien, keine freien Argumente Kulturparteien. Hier unten rechts an dem runden Ding, wie immer, schneller drehen, mindestens 1,5-fache Geschwindigkeit. So, kurz Nachrichten. Die, ja, es gibt ja jetzt ein neues Forum, vielleicht zeige ich das mal ganz kurz, wie man da hinkommt. Man kommt, ja, ich probiere gerade mal hier, man geht auf, letztendlich geht man hier hin, ich versuche es gerade mal hier. Man geht hier hin, auf die Seite nextscientistsforfuture.de, kann dann zum Beispiel klicken auf Stellungnahme, dann rückt es genau hier hin. Ja, ich mache das gerade nochmal vor, da sehen Sie, wenn Sie hier auf Stellungnahme klicken, haben Sie sofort die Links vor sich, ja. Und dann können Sie einfach den ersten nehmen, wenn Sie wollen und können auf letzte Beiträge klicken und dann haben Sie hier, da sehen Sie, dass dann hier schon gearbeitet wird, auch forumsmäßig an den Gute-Parteien-Volksentscheid-Wahlprogrammen, den FRAC-Parteien-Wahlprogrammen und man kann dann zum Beispiel auch hier drauf klicken, neues FRAC-Plattform, ja, zum Beispiel gehe ich hier drauf, dann sieht man hier gleich den Link zu dem neuen Forum, der Pioniere der FRAC-Plattform, der Pioniere der Freien Argumentenkultur, ein berühmter Mann, Jürgen Wagner, bekannt von Maischberger, Stefan Raab, von, ja, von vielen anderen hochprominenten, öffentlich-rechtlichen sozusagen Dingen. Und da sieht man jetzt, wenn man mal auf Forenübersicht geht, sieht man hier ganz eine riesige Palette an basisdemokratischen Dingen und das Neueste ist jetzt eben auf unsere Anregung geschehen, Volksentscheid über Wahlprogrammen, ja, und dann sieht man hier Ernährungsreformen, jetzt muss ich das ein bisschen kleiner machen, weil Sie sonst das nicht richtig sehen können. Ich gucke mal, ob das schon reicht, ja, da sieht man es schon hier. Ernährungsreformen, zum Beispiel Ernährungsreformvorschlag C, Gesundheitsreformen, also Bildungsreformen, Sicherheitsreformen hier, Verfassungsreformen und da sind dann auch die Sendungen angeführt, die Talks mit Österreich, die ja quasi eine Art Verfassungsreformvorschlagdiskussion waren, also eine Art verfassungsgebende Versammlung auf höchstem Niveau waren. Schluck Wasser. Oh, kein Wasser mehr da. Ja, das heißt, da findet man jetzt alles. Ich mache mal weiter zu, hier wieder zu. So, und dann gehe ich wieder zurück. Wo muss ich hin? Da war ich gewesen. Und ja, das Denken in Volksentscheiden ist ja das Zentrum hier, zum Beispiel hier, wir beschränken uns ja immer auf fünf Vorschlagsgruppen erst einmal, ja, wenn es mehr Vorschläge für eine Reform gibt, zum Beispiel Gesundheitsreform, Ernährungsreform oder Demokratiereform oder Verfassungsreform, ja, und wenn es dann mehr als fünf Vorschläge gibt, dann führt man die ähnlichen in Gruppen zusammen und lässt erst einmal die Wählerinnen konsensieren und entscheiden, welche dieser Gruppen wollen die Wählerinnen und dann fächert man das wieder auf und lässt dann zum Beispiel in Vorwahlen Minivolksentscheiden oder simulierten Vorwahlen Minivolksentscheiden die Sache dann präzisieren und immer weiter konsensieren, sodass dann am Ende ein definitiver Vorschlag übrig bleibt als der letztendlich gewählte. Das muss man nicht alles in großen Volksentscheiden machen, weil das ja ein riesiger Zeitaufwand für alle Bürger ist und auch ein riesiger Kostenaufwand. Das kann man dann eben mit 500 Personen in Vorwahlen Minivolksentscheiden oder sogar noch etwas kleineren repräsentativen Wählerstichproben sozusagen machen, die von Forschungsinstituten als simulierte Vorwahlen Minivolksentscheide durchgeführt werden. Da kriegt man so kurzfristig den Wählerwillen, kann man herausfinden, was die dann nun ganz im Detail dann noch wollen, wenn schon mal die Grundlinie durch einen großen Volksentscheid festgestellt wurde. Und dann kann man das detailliert machen. Wobei es natürlich wünschenswert wäre, wenn mindestens mit einem echt vom Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter durchgeführten Vorwahlen Minivolksentscheid ein wirklich ein definitives Ergebnis feststellbar ist. Denn diese simulierten Vorwahlen, Minivolksentscheide von Forschungsinstituten innerhalb oder außerhalb von sozusagen Universitäten, also innerhalb von Meinungsforschungswahlforschungsinstituten oder gar Marktforschungsinstituten, ja, da ist immer die Frage, ob die das hinkriegen mit einer wirklich repräsentativen Wählerstichprobe oder ob die da so ein bisschen tricksen dabei und dann eigentlich doch mit einer nicht repräsentativen Wählerstichprobe zufrieden sind. Also da muss man aufpassen. Das wird man sehen. Ja, und dann lese ich doch mal weiter vor, was es noch hier zu sagen gibt. Ja, zum Beispiel die Parteien könnten ja um widersprechende Personen haben, ja auch Paula Piquet mal wieder einladen oder den Präsidenten des Allgemeinen Patientenverbands in Deutschland, den Arzt Christian Zimmermann oder den Martin Schwab, der ja auch schon mal Einladungen zu Talkshows mit uns gefolgt ist. Oder die Economy for Mankind, auch wenn die uns natürlich dann immer wieder reizt aufs Blut, weil die sehr aggressiv sind, die Economy for Mankind oder auch Natural from Local Sources, den Herrn Klammer könnte man einladen, so als Gegenpol zu den Next Scientists for Future. Entscheidend ist ja nur, dass in jeder Talkshow immer ein oder auch in jedem Volksentscheid immer wenigstens ein, den nextscientistsforfuture.de widersprechender Vorschlag vertreten wird, sodass immer das Kontra gegeben ist. Wir sind natürlich ganz sicher, dass es nicht viel andere Vorschläge braucht, weil wir ja sowieso immer die besten Vorschläge haben. Da sind wir ganz sicher, dass das bei uns der Fall ist. Und ja, was Parteien machen, ist also eben mindestens immer einen widersprechenden Vorschlag zu suchen. Ich habe gerade vorhin mal gegoogelt, zum Beispiel unter Gesundheitsreformen, da habe ich eine Bosch-Stiftung gefunden, glaube ich, heißt sie oder so. Die werde ich anrufen am Montag. Ich zeige Ihnen das gerade mal auf die Schnelle hier. Hier zum Beispiel habe ich hier, da habe ich jemanden, so Gesundheitsförderung und Gesundheitsberater und so weiter, gesunde Ernährung-Netzwerk, die werde ich anrufen, ob die mitwirken wollen. Das sozusagen, die kann man anrufen. Dann habe ich gefunden, die Robert-Bosch-Stiftung, die sich über neue Gesundheitssysteme Gedanken macht. Aber wahrscheinlich wird es wie immer sein, dass die bei ihren inkompetenten Lösungsmodellen bleiben wollen, was, warum auch immer vielleicht. Also vielleicht, wie gesagt, was haben diese Erfahrung, mussten wir bei den NGOs ja machen, dass es da niemals um einen Erfolg ging, sondern um das Verhindern des Erfolges. Denn die Spendenbereitschaft der Bürger ist immer dann am größten, wenn die Probleme groß bleiben. Und vielleicht geht es da auch bei all diesen Organisationen immer nur um die Erhaltung des Problems, so ähnlich wie bei vielen Journalisten, wo es mehr um die Erhaltung der Probleme geht. Denn man kriegt ja nur dann einen Berichtsauftrag, solange es viele Probleme gibt und die Probleme noch erhalten bleiben. Durch die nextscientistsforfuture.de würden die Probleme ja alle gelöst werden. Und dann gibt es weder Spenden noch Aufträge für Journalisten in diesen Bereichen. Und ja gut, und dann hier, dann kann ich hier die verfassungsgebende Versammlung, werde ich nachher mal anrufen in Montevideo. 7.27 Uhr ist da jetzt erst, also dauert noch ein bisschen. Und am Sonntagabend ist ja ein Telefon geschaltet von der verfassungsgebenden Versammlung in Deutschland. Und da bin ich mal gespannt, ob da auch nur auf allerniedrigsten Bildungsniveau alles stattfindet oder ob man da auch offen ist für die Weltspitze des Denkens und für die neue Verfassung, sich die neue Verfassung machen zu lassen durch die nextscientistsforfuture.de, die ja natürlich auch die richtigen Verfassungskonzepte haben. Ja, und dann übrigens unser altes Wort, Demokratie pur, kann verschwinden. Man sieht es schon auf dieser Seite nicht mehr. Wir hatten ja damals eine Zeitung drucken lassen als Experiment, die quasi eine Papierform eines Forums, sozusagen als Zeitung Demokratie pur, sah aus wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und ja, aber wir ersetzen ja im Prinzip dieses Konzept Demokratie pur durch das Konzept der Vorwahlen-Mini-Volksentscheide und sprechen in Zukunft nicht mehr über Demokratie pur. Wir sprechen nur noch über Fraktparteien, freie Argumente-Kulturparteien und über Vorwahlen-Mini-Volksentscheide als auch Übungssendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Zukunft nach der Medienreform. Ja, und wie gesagt, die Sendungen sehen Sie ja ab Nummer 1802 auf unserem Sender Next Scientist for Future mit Leerzeichen dazwischen. Auf YouTube sehen Sie ja ab 802 sozusagen unsere Verfassung. Ja, und wir denken jetzt immer so, dass wir nur noch maximal fünf, damit wir das mit einem Würfel bedienen können, das Denken in Volksentscheiden, also hier nur noch fünf und gruppieren dann lieber, wenn es also 20 Vorschläge gibt für eine Reform, dann gruppieren wir das lieber und lassen dann die Wähler erst einmal sich für ihre Lieblingsgruppe entscheiden Und genauso bei den Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden, da fangen wir mit fünf Rednern an. Dann lassen wir abstimmen auf drei runter und dann wird wieder gewählt und dann steht der Tag, der Vormittagssieger, Nachmittagssieger und Abendsieger dann jeweils fest. Und die Politiker werden sofort bei diesen Siegern anfragen, bevor die nämlich dann beim echten Vorwahlen-Mini-Volksentscheid antreten, um sie zu stürzen quasi, nehmen sie die als Experten mit in ihre Partei ein, laden die ein, sodass sie dann eben nicht mehr von, dass sie lieber die kompetenten Experten an ihrer Seite haben und gemeinsam mit denen öffentlich auftreten, als dass sie sich von denen platt machen lassen in den, durch das Verfahren der Vorwahlen-Mini-Volksentscheide. Ja, 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 und letztendlich ist alles, was die nächste, der Weltrat begann ja mit Kreistier, oder telefonierte sich zusammen rund um die Anekdote vom alten Schiener, dass angeblich der Arzt so lange beschenkt worden sein soll, wie alle im Dorf glücklich und gesund waren, wenn jemand unglücklich oder krank wurde, erfuhren das alle und reduzierten alle ihre Geschenke an den Arzt und so hatte er die richtige Motivationssituation immer nur für Gesundheit und Glücklichsein der Dorfgruppenbewohner sozusagen zu sorgen. Und diese Grundprinzipien, das Schema dieser biologisch richtigen, psychobiologisch richtigen, einzig richtigen Anekdote vom alten Schiener, dieses Grundmuster übertragen wir ja auf alle Teile der Gesellschaft. Und insofern ist alles, was die Next Scientists for Future als Arbeitskreis an Reformen haben und so weiter, ist nichts anderes, als immer wieder diese Anekdote nicht nur auf das Gesundheitswesen anzuwenden und auf die Gesundheitsreform, sondern auch auf alle anderen gesellschaftlichen Bereiche. Ja, und dann neue Verfassung. Ein Schnellweg dahin, und vielleicht sollten wir das mal morgen zur Überschrift machen, naja. Neue Verfassung, ein Schnellweg dahin, sind eben diese echtbasisdemokratischen demokratischen Fraktparteien. Die sind ja quasi der schnellste Weg, eine neue Verfassung zu kriegen. Also an alle diese Leute, die so fanatisch sind für irgendwelche verfassungsgebenden Versammlungen. Es gibt doch diesen Weg hiermit. Na, hier ist dieser Weg. Und dann haben wir noch, was ich vergessen habe bei der Talkshow, unsere Reformen bedeuten, 700 Euro pro Monat für jeden Arbeitenden, egal ob in Österreich oder in Deutschland, für jede arbeitende Person plus 700 Euro pro Monat netto steuerfrei. Das ist das, was rauskommt. Mehr, also 700 Euro mehr im Geldbeutel für jeden Österreicher oder Deutschen, wenn endlich sich die Parteien endgültig und ganz offensiv für die Next Scientist for Future Reformen und ein, zwei, drei, vier, vier Gegenvorschläge entscheiden und die Wählerinnen konsensieren lassen. Ja, und wir nutzen halt generell in Zukunft die Vorwahlen Mini-Volksentscheide und die simulierten Vorwahlen Mini-Volksentscheide für die Präzisierung der großen Volksentscheide zum Beispiel darüber, ob zum Beispiel man eine Gesundheitsreform will, ohne neue Daten zu erheben und zu verwenden oder ob man alle oder mittelfiele neue Daten verwenden will. Also solche Präzisierungen sind ja nötig nach den ersten Volksentscheiden. Ja, und so, das ist ja ein Beispiel dafür, was nötig sein könnte an Konsensierung. Ja, und ich denke, die die morgige vierte Nachlese, die wird den Titel bekommen. Neue Verfassung, Schnellweg dahin, echt basisdemokratische Fraktparteien. Ja, tschüssi, das war's, glaube ich, schon wieder. Tschüssi, bis bald.